an und das ist ein schweiß schweiß da war auch Prozent nachher okay warte ich zeig ich zeig dir mal hier ne geile Karpfen ich zeig dir mal hier was richtig geiles Warte komm mal her auch scheiße auch und wie es wird rei er und wie kann ich mir auch Autos machen Flash, V und dann Autoname. Ich hab hier grad ganz ne ganz ne große Autoreihe. Und Flugzeug und Heli und alles was es halt gibt. Ich fahr jetzt erstmal in der Stadt mit SWAT-Fahrzeug. Ne, du machst jetzt erstmal SWAT-3. Ich will dir mal hier mein Vibe-Auftrauber zeigen. Nein, nein. Da übrigens mal Flash, V, Wann doch. Wann doch? Ja, aber steigen dann Flash, V, Wann doch. Au, ihr explodiert ihn noch mehr. Oh, er löscht. Bist du das? Weißt du was? Bist du das? Bist du das? Nein! Gebt mal alle Slash-Boost. Dann ähnlich Karte machen wir so ein Cennis- Card-Duell. Slash-Boost. Ja. Wir machen nur so ein kleines Karten. Wo? Oh ja. Tja, was denn? Slash-Boost. Und dann Slash-Fall-Kart. Also Kart ganz normal mit K. Also mit K. Slash-Fall. Fall-Fall-Fall. Meiner sieht besser aus. Doof. Jetzt nicht. Ach so, nochmal einlassen. Mit dem du willst auch nicht. Aber geil, ne? Der Fick, der. Müsst du mal so... So willst du mal ne Karre sehen, wo du so jedes Fall aufreiben kannst? Guck mal. Damit kannst du bei was aufreiben. Und weiß, du kannst bei was aufreiben. Guck. Mit der Karre hier. Den Jungen. Hallo, ich bin nicht oben. Wie sieht die? Oh, ichcę jetzt mal ne Karre. Schau mal. Schau mal. Trümme. Oh Gott. Wenn dann du. Hä? Blööö. Wenn dann so schlu. Eizmo. Ich habe eine gute Idee. Wer, äh, die beste Karin, wer die, äh, beste Karin, wer bei dir ist? Okay, jetzt muss ich es sein. Ja, okay. Und wer wacht noch nicht an, wie fang an, wie fang an. Ja, wer soll, ich soll nicht nach der Schönheit wachten, wie ich will, oder? Sondern, äh, ich muss auch, ich muss halt so, äh, also meinten, so, fang an. Okay! Wer kann das nicht verdienen? Oh, kannst, kannst du, kannst du ein Caddy überbieten? Ein was? Ein Caddy überbieten. Weiß ich nicht, wenn ich mal da schaue. Ui, oh. Ja. Okay, überwohnt. Wer, wer schafft das dazu überbieten, ist toll. Was denn? Und? Wer das denn schafft, zu überbieten, ist toll. Das schaffe ich bestimmt, ne? Wir müssen mal, wir müssen mal vorne angucken, was da ist. Ja, Motorrad, das, 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 das kann ich sogar richtig geil machen, ne? Flo, guck mal, was da vorne ist. Da ist, ähm, sowas wie Lannes, dann, ähm, Orange, da hinten noch, ähm, zwei weiße Dinger. Was, äh, an was erinnert dich das? Ja, ich weiss schon. Hallo, kannst du es überbieten, Flo? Schauer. Ich weiss nicht, ich muss mal schauen, was es ja alles so gibt. Ähm. Guck mal, ich kann sogar besser. Natürlich kann er sich überbieten. Haha! Hahaha. 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 Wetten, ich kann es doch besser. Ich hab ihn gekühlt. Ich hab Emanuel Papier gekühlt. Aha, okay. Pfff. Lollollolloll. Also, äh, bei Seren Drehens kann ich mich nicht schießen lassen. Ich kann mich schießen lassen. Oh, sorry. Oh, er kann das nicht. Oh, fuck. Hahahaha. 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 Wer kann hier das schöne Posterchen überbieten? So, wer kann das aber machen? Na Flo? Ist nur ruhig. So, komm mal her. So, komm mal her. Bedastig. Ja, was gibt's? Was war denn? Weiß. Ich kann auch zu wenig PS. Das ist eine Lüfte. Das kann ich rankommen. Ja, lass es doch. Ach so, kannst du das? Was? Oh, wie auch immer gefahren. Nein! Was ist das? Nein! Was ist das? 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 Oh, was ist das? ich bin besser so hier Pizzaboy wer kann das überbieten? ich, ich war Bus ja Bus, guck mal ich hab hier Pizzalieferant Bus, Bus ist besser Bus, 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 Bus ich hab nur einmal Emergency Brauch jemand Emergency Nein ich hab ne gute Idee mach mal Stunt 1 ne, ich bleib jetzt hier ne Stunt 1, wir machen jetzt n Rennen nö doch wir sind ja noch nicht fertig, wenn er ihn überbieten hat Stunt 1 wir machen jetzt n Rennen Hot Dog Nein, V, Hot is Hot Reader ach so, nur Racer Scherben Taxi haben wir geil kommst auch schon, ja 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 auf sich keiner Moment, ich muss schnell die Strecke fahren ähm ja, ähm wie heißt es nochmal? Moment, lass mich erstmal, ähm die Stunt 1 die Stunt 1 die Stunt 1 die Stunt 1 ja ja wiii wo kommst du auch? Racer Loll, wo fangst es an? Bin da zur Strecke, okay also, man muss dann ganz hinten ähm eine Rampe hoch, ähm fahren da ganz hinten ist noch eine Rampe rechts die muss man dann hochfahren und dann nochmal hier zurück zu den Bergen jeder wählt ein wunderschönes Auto aus Loll, fuck wo bist denn du jetzt? kein Plan Loll, hast du auch ne da gute Karre? ähm nein, ich glaub nicht ich, 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 ich kenne auch hier nicht alle Befehle hier im Racer ist okay okay, Racer und äh, nach der Runde machen alle die gleichen, also dann macht jeder ähm den in WMX ENTE hihihi dann halt hihihi ok oh ja, Information, die mach ich Entershow huh haha hm ciao ne heißt es Null wie heißt der Auto ob ich nicht dieser schnellste Auto im Übrigen Prozent ganz ehrlich liegt es jetzt hat sich dort auch wo ich gelandet okay du nimmst dich in den Racer er hat sich vor er wird als es damit hat die Schmerz ich habe gerade so alle auf die Position Null wie werden